Jo Leute, willkommen. Wir sind heute bei einem neuen Video. Ich will jetzt anfangen, ein Minecraft Singleplayer Let's Play zu starten und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich würde sagen, wie nennen wir die Welt? Ich nenne sie einfach Let's Play. Okay, okay. Ich sage einfach direkt Create New World. So, ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt bei meinen Aufnahmen und soll jetzt einfach eigentlich alles viel, viel besser aussehen und viel besser sich anhören. So, ja, ich hoffe einfach mal, ihr seid damit jetzt alles zufrieden. Und ja, ich hatte mich eigentlich schon recht lange auf dieses Let's Play gefreut, weil ich finde Minecraft ist einfach ein richtig tolles Spiel und man kann es richtig gut im Singleplayer Let's Playen, wie schon andere große YouTuber vor mir gemacht haben. So, mein... Ah, jetzt hat... Mein Aufenthalt dauert halt ein bisschen mit dem Starten. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben... Okay. Komisch, scheitigst du ein bisschen, weil... Gerade Welt generiert und so. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Normalen an. Wir bauen uns einfach mal einen Baum ab. So. Gut. Ne, hier haben wir das Obere, hat man hier gestragt. Ist besser, wenn man dann immer an das Obe besser rankommt. So. So. Und den letzten hier oben auch noch. So. Und das ist hier unten auch noch. So. Ich würde sagen... Oh, meine Höhle. Oh, keine Höhle. Aber okay. Würde ich sagen, wir bauen uns noch einen Baum ab. Oh, jetzt kann man nie genug haben und so, ne? Okay. So, haben wir den auch noch. Und das Stück auch. Und hier oben, komm. Und das letzte hier oben auch noch. So. Hier drüben ist jetzt noch bauen. Jetzt brauche ich ja nicht abbauen, ist ja egal. Und das letzte Stück auch noch. So. Haben wir das auch, würde ich sagen. Fangen wir an, uns Holzlatten und so zu holen. So, ne Workbench. Ne. So. Oh. Oh. Ich bin ein Huhn. Hallo. So, öpp. Egal. Äh, wir hatten da... Oder wir hatten noch irgendwo Kohle, oder? Und doch, ne Höhle, okay. Ich brauche hier meine Axt. Äh, Spitzhacke. So. So. Gut. Äh, wie ging jetzt nochmal die Spitzhacke? Ich glaube, es ging so, ne? So. Gut. Aber ich sage, wir bauen einfach mal die Kohle ab. Weil, ja. Wenn da gleich eine Höhle ist, kann man die Leute an die Sekunden gehen, theoretisch. Oh, wie lange das dauert. Oh, nein, 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 nein. Ah, man. Was? Was hat der Creeper da gemacht? Ah, ey. Egal. Nicht schlimm. Ich habe keinen Schaden gekriegt. So, dann bauen wir weiter ab. Das dauert wieder so ewig. Ich hätte dem Creeper es nicht abgesprengt. Der hätte hier schon wahrscheinlich fast meinen zweiten fertig. Naja, mir mein Zweig. Was? Wieso ist keine Kohle auskommen? Komisch. Vielleicht ein bisschen verbuggt. Egal. Wir suchen einfach an dem Stück jetzt weiter. Oh, es dauert so ewig. Oh nein, jetzt bin ich auch noch runter vom Block. Nur noch länger warten. Das ist so dämlich. Ich frage mich, ob wir es heute überhaupt noch fertig schaffen, wenn es weitergeht. Ich wollte eigentlich den ersten Part heute recht kurz halten, weil... das ist so dämlich. Ja. Damit ihr vielleicht mal so'n kleinen Vorgeschmack kriegt, wie das als Play sein wird, ne? Und ich meinst halt auch eure Meinung zu hören, die... alle die Grafik und Aufnahme, Qualität und so findet, ne? Hä? Wieso... Wieso tut mir einfach nichts? Wisst ihr, dann kann ich nochmal einen Stein abbauen? Probier's mal hier. Komm, gib mir einen Stein. Hä? Wieso geht das nicht? Oh, das ist eine Holzachst. Okay. Das heißt, ich muss hier nochmal hin. Ah, ich wollte mir eine Spitzhack hier eigentlich machen. Ah, ich kann gleich einen Stein benutzen. Ich hab' ja... So, jetzt aber... Ich hab' ja... So, jetzt aber... Holz... Äh... Ich bezocke... Es geht... Nein! Sterb! 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 Ich seh' nicht! Wo ist das Skelett? Ich seh' nicht! Ah, da! Sieh' ja... Ja, ich hab's! Das ist fast tot! Fast tot! Keine Ahnung, was... So, ich geh' wieder raus. Jetzt bauen wir aber meine Kohle ab. Obwohl ich tun... Erstmal meine Kohle... Die ich schon habe durch den Creeper... Ähm... Ähm... Zu fackeln, genau. So. Und... So. Gut. Ich muss sagen... Lägen wir schon mal aus, damit jetzt nicht gleich wieder sowas kommt. Und... So. Hier nochmal einen eins. Hier drüben nochmal einen... Nein... Warte, ist hier überhaupt irgendwas noch hinten? Nein, hier ist eh... Hier ist eh... Was? Schon wieder eins gehört? Aber hier ist ausschlechtig. Kann ich spawnen. So. Was sagen... Ja, ich kann sich ja direkt abholen. Ich hab jetzt eine Stein-Axt. Äh, Hacke. So. Ja, komm schon. Das kann doch... Nix ein bisschen schneller gehen. Bitte. Wieso... Wieso hab ich nichts gekriegt? Ach, versuch mal. Also wenn ich das Stein abbau... Damit... Der Stein sollte doch mir eigentlich... ... etwas geben. Hä, was ist jetzt das Problem? Oh, ich hab ne Hoh gemacht. Ah. Ich stelle hier, damit kann man hier nur... Yeah. Oh, diese Spannung. So. Ähm. Wie ging's jetzt doch mal? Wie ging's jetzt doch mal? Äh. So. Warte. Ah, so. Okay. Aber jetzt kann ich jetzt auch mal. Abbauendes... Eisen. Komm. Bitte nur noch ein bisschen... Ja. Wieso ist da nichts rausgekommen? Kein... Findest du das Regnen an? Ich dachte, das Regnen an. Kein wenigstens ist das Abbau. Oh, okay. Stein kann jetzt auch damit abbauen. Okay. Jetzt krieg ich hier auch was raus. Okay. So, würde ich sagen... Ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Folge. Die Folge war so ein bisschen gefailt, aber... Da kann man halt nichts machen, ne? Eisen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.